Ja, Robby, wie gesagt, dem ist es egal, ob Sonne scheint, ob Regen, ob Schnee, der spult sein Pensum runter. Er ist ein sehr ruhiger Charakter, der aber vorangeht, der Emotionen auch zeigt. Und ich glaube, gestern, wenn man das dritte Tor sieht und ihn da explizit beobachtet, das zeigt dann schon auch, dass er sich extrem mit der Mannschaft identifiziert und mit einem Verein. Und es macht ihm, glaube ich, auch Spaß, jeden Tag zum Training zu kommen. Er hat auch andere Standards gewohnt, weil wir oft darüber reden, Illus Höhe und Trainingsbedingungen. Robby kennt andere Standards, aber Robby ist sehr, sehr zufrieden, glaube ich, bei uns und genießt das einfach. Und deswegen freue ich mich, dass er gestern ein gutes Spiel gemacht hat. Aber er spielt viele gute Spiele, die aber oftmals so ein bisschen untergehen. Und gestern ist er natürlich schon ein bisschen rausgestochen.